in diesem video werden wir einiges machen dazu muss jetzt ehrlich mal sagen sorry ich habe die anruktion vergessen weil jetzt auf jeden fall viel spaß mit dem video das gleich und macht die fünfte aus wir haben auch oft käme hier ein xxl projekt gestartet ja das video die dateien beziehungsweise teil labs sind leider entfernt worden nicht von mir natürlich weil ich nämlich ja bett ein getestet hat ja die teilen für ja dann habe ich die video dateien auch gelöscht und ja leider ist hier nichts mehr tromm ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon von einem video da hat mich hier sein base und hat hier auch eine kuf angebaut mit einem schock so viel ganz ganz geil dann haben wir eigentlich jetzt nicht großartig vieles noch gebaut weil ja hier habe ich halt die alte form aus hier haben wir ein bisschen da habe ich noch das eine oder andere versteckt dazu kommt leider auch kein video weil die dateien auch gelöscht wurde es ist keine spielbar hier weil ich hier nämlich ein doktor ist ja da geht das da kommt ein kriser hin ich glaube so erwähnen hier unten kommt ja da ist ja mal ein vorrat den habe ich hier untergeleitet ich auch immer ganz fleißig die poppys hier raus ja ich habe hier schon ein bisschen umgekauftet ist es ja wie soll man sagen ein bisschen neues zeug drin ja wie soll ich sagen der zweite kombus ist schon vorher natürlich worden das ist nicht weiter zählt naja dann ist es doch nicht idioten sicher wie ich dachte naja die habe ich auf jeden fall unsere eis haben da wird auch nichts großartig geändert da jetzt einfach nur noch eine mauer gemacht damit hier noch ein bisschen ich habe es aber jetzt noch ich war auf karl für die luke hatte coole brücke hingebaut wir sind ja alles geändert sie tausend mal schöner aus trading heute kennt ja inzwischen auch schulen da haben jetzt ein paar will ich halt eben einen job gegeben da unten kommt noch eine millionen farben und ich würde sagen dafür gerade mich schon mal ein dickes fettes loch auf meinst du bei euch doch dr meinst du bei euch doch dr ok das loch ist schon mal fertig da werden wir in den nächsten folgen auf jeden fall da noch eine wunderbare millionen fahren bauen aber in der letzte folge haben wir drei wo das gelten gekauft ist kauftet weil wir ein datapack drin haben wo man halt schwarzen farbstoff und noch vielleicht habe ich hier ein bisschen davon da ja hier ich demonstriere mal kurz zack 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 da kommt hier nur das geletz geil das habe ich so gemacht und ja ich möchte jetzt auf jeden fall den usa besiegen aber ich habe okay da machen wir jetzt wohl zu zweit das waren die zwei oder gleichzeitig meine profis sind ja und dann ruhig ist noch ein bisschen zu sehen und sehen es gleich okay ich setze den letzten kopf ich werde auch noch warte 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 noch nicht aufsetzen 2000 years later okay mit den seriösen das ist könnte ein bisschen nach hinten losgehen aber soll ich platzieren nein okay und jetzt heißt es abwarten und tee trinken hoffe ich was meine damen und herren es gibt ein kleines problem der usa ist aus sein gefängnis ausgebrochen bitte bitte wir bitten sie um geduld ich mache das schon ich bin der retter achtung 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 guter wird gekillt ok aber wir brauchen noch ein paar mehr darum bau also ich habe noch ein user vorbereitet endlich ja haben die usa kommt wieder dann starten wir nicht den zweiten user kampf in klammern kampf so 18 und das gold ist letzte ohne essen zu meinen challenge oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott hallo user ich bin dein richtiger endgegner nicht die end am endermann ich bin dein feind mich soll zu analysieren jetzt kill ich den weg mit zwei ein halb herzen muss ich jetzt nur sagt ich habe den usa gleichzeitig nicht gekillt bitte replay im schnitt ein halbes herz oh gott kann ich mir ihn geben hast ihn eingesammelt ich gebe kurz für 10 noch mal eine große rosen ich glaube er ist jetzt in der abkommunikation oder irgendwie wenn es zu alt ne ich schreibe jetzt für 10 luki warte mal ich schlag nur kurz mit meiner aufmerksamkeit 2000 years later hallo hallo ja und der biegen wird gekraftet da und da und da naja ich brauche jetzt noch ein bisschen eisen und dann kraftig beziehungsweise verbaut ich schon mal den bieten wenn ich diesen block platziere habe ich eine full bieten pyramide und jetzt ja so das gold ist gold aber war ein paar zack die gehen noch nicht an aber ihr müsst jetzt hier auf jeden fall das wird das abreißen das abreißen und das abreißen da kommt hier eine schleppe bei den mittleren bieten wählen hier ist und gleichzeitig regeneration bei den anderen bieten wählen hier stärker aus und auch noch mal regeneration und wird wohl beim letzten wir haben jetzt doch eingebaut so jetzt habe ich aber alle effekte also ich habe hier einfach fünf bieten hingestellt naja das war es auch mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen das gerne positive bewerben abonniere den kanal und tschüss